Hi, willkommen zu einem neuen What I Wore in a Week. Diesmal werde ich es ein bisschen anders machen. Ich habe die letzten zwei, drei Wochen Outfits getragen. Da habe ich mich an dem Tag aber einfach nicht nach Filmen gefühlt oder ich hatte nicht genug Zeit oder ich war unterwegs, das Licht war blöd. Und dann habe ich gedacht, hey, ich kann das doch auch einfach jetzt einmal komplett abfilmen und zeige euch einfach sieben Outfits der letzten zwei, drei Wochen ungefähr. Die ich so getragen habe oder die ich im Moment eh sehr, sehr gerne trage. Und das mache ich jetzt auch. Das hier ist kein Outfit davon. Das ist mein wunderschöner, kuscheliger Morgenmantel, Bademantel. Ich wollte euch noch sagen, wenn das Video online geht, ist Black Friday. Das heißt, ich werde euch einfach mal alles, was ich so finde, an Links und meine liebsten Klamotten aus den Shops in die Infobox verlinken. Weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht, was es da so für Rabatte gibt, aber meistens lohnt es sich ja tatsächlich schon. Deswegen werde ich das einfach in die Infobox packen und bestimmt auch sehr, sehr vieles von den Sachen, die ich so trage, sind an dem Tag im Sale. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich ärgere mich jedes Mal. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst und jetzt geht's los. Das Outfit hier hatte ich auf einem Event letztens an. Ich muss aber dazu sagen, das Event war definitiv mehr lockerer als andere. Auf anderen sind ja wirklich auch Leute in Abendgarderobe und so weiter. Und hier konnte ich einfach ganz normal dorthin laufen. Ähm, hingehen, hinlaufen. Und, äh, es war quasi egal, was ich anhatte. Ähm, ich habe euch die Jacke schon im Letz... einen der letzten Vlogs gezeigt. Ähm, das ist eine Jacke von Edited und, ähm, ich mag die im Moment so gerne und ich habe eine gesucht in Farben, die ich mag und, ähm, die auch wirklich warm hält. Weil ich finde, die sieht halt aus wie so ein Hemd von eurem Freund, Papa. Ähm, aber die hält halt wesentlich wärmer und, ähm, ja, ich mag einfach diese Farben, dieses Rosa mit diesem Dunkelrot und dann dazu aber diese braun- und, ähm, dunkelgrau-Schwarztöne. Ähm, genau. Und dazu hatte ich an meinen Pullover. Den kennt ihr auch schon. Der ist von Other Stories. Der ist einige Jahre alt, aber ich glaube, den gibt es immer noch. Er ist immer mal wieder im Sale. Und ich habe jetzt letztens endlich mal meinen Fusselrasierer benutzt und seitdem sieht er aus wie neu. Ähm, dann trage ich eine Jeans von Asos. Ähm, die ist schon super alt und die war mir lange Zeit zu groß, äh, dann zu klein und jetzt ist sie so irgendwas dazwischen. Aber, ähm, sie ist auf jeden Fall bequemer als alles andere, was ich gerade habe. Was nicht blau ist oder schwarz. Und, ähm, genau deswegen war mir halt da an dem Tag. Auch danach, ich wollte nicht so was super Dunkles unten tragen. Ich glaube, die heißt Harley oder Farley, Farley und die ist halt super high-waisted, was ich, ähm, richtig gut finde. Und, äh, achso, und die ist ziemlich lang. Also ich, äh, krempel sie gerne so um, aber ihr könnt sie natürlich auch abschneiden oder ihr seid sowieso größer. Dann ist ihr die perfekte Länge. Ähm, aber ich glaube, das ist nämlich das Problem immer bei Asos, dass die Hosen richtig oft ausverkauft sind und, ähm, ja, dann nimmt man, was man kriegen kann, so nach dem Motto. Weil eigentlich haben die auch kürzere und längere Beinlängen. Aber die sind halt oft ausverkauft. Und dazu trage ich meine Sockboots von Mango, weil ihr wisst, das sind meine Go-To-Schuhe auf Events und meine Gucci Maman-Tasche in Samt, die ich immer noch sehr liebe. Und ich glaube, jetzt gerade zum Black Friday kann man halt gerade bei solchen Sachen, hoffe ich, ein Schnäppchen machen. Genau. Im Moment ist mir einfach nach gemütlich sein und kuschelig und das war ein Outfit, das ich anhatte, als ich bei Humana shoppen war. Ähm, auf dem Weg dorthin war mir sehr, sehr kalt. Deswegen hatte ich, ähm, eine dicke Jacke an. Die ist schon uralt. Und, ähm, dort habe ich sie dann ausgezogen. Weil ich finde, beim Second-End-Shopping gerade wird dann immer so, so schnell warm. Ähm, und gerade auch, wenn man sich anzieht und auszieht und so weiter. Auf jeden Fall, äh, trage ich einen super kuscheligen Pulli. Den habe ich schon ewig. Der ist von Bero Moda, glaube ich, gewesen. Die Jacke ist von, ähm, Asos. Die habe ich entdeckt unter meinem Bett. Ähm, da habe ich immer so meine super, super alten Jacken und Mäntel. Und, ähm, genau. Die ist, ja, die ist von Asos. Und die ist einfach eigentlich so meine Sportjacke. Deswegen seht ihr die, glaube ich, auch nie. Weil ich die halt, ähm, oft zum Sport getragen habe. Aber ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr beim Sport. Deswegen habe ich sie auch nicht mehr rausgeholt. Aber, ähm, ja, die ist halt super simpel. Hat so diese Steppungen und finde ich halt super casual. Einfach so so einem casual, lockeren Outfit. Und bei dem Pulli finde ich schön, dass der so diesen Rundhalsausschnitt hat. Aber diese, ja, wie so Längsstreifen. Ähm, und dann trage ich meine, ja, Everyday Janes Jeans zurzeit. Die von Arcat, ähm, die heißt, glaube ich, Cropped. Weil die ist auch ein bisschen kürzer geschnitten. Ähm, der Gürtel war, glaube ich, mal von, ähm, H&M. Und Schuhe trage ich diese hier von, ähm, Bali. Das sind ja so meine aller, allerliebsten. Und ganz wichtig, meine Socken. Die sind nämlich von Falke. Und das sind Wollsocken. Und ich kann euch wirklich sagen, jetzt ab dieser Jahreszeit trage ich eigentlich nur noch Wollsocken. Weil die so viel Wärme halten, als eben Baumwollsocken, die das Gegenteil von Wärmen machen. Ähm, genau. Im Ganzen sieht es dann so aus. Super casual, wie gesagt. Aber ich mag's gern. Ich glaube, eins meiner liebsten Outfits der, ja, letzten Wochen, Monate, ist dieses hier. Ich mag einfach im Moment so gerne diese neutralen Farben und auch das Kombinieren der neutralen Farben. Ich fange mal an mit dem Mantel. Der ist ja von And Other Stories. Den habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Ähm, ich mag einfach gerne so einen Mantel, der jetzt in der Jahreszeit mich warm hält, aber in dem ich nicht schwitze. Der ist halt super, super dünn. Und was auch toll ist, das ist nämlich bei And Other Stories oft nicht der Fall. Er ist von der Länge für mich perfekt, finde ich. Oft gehen die mir halt wirklich bis zu den Knöcheln und das sieht dann halt einfach oft nicht aus. Finde ich zumindest. Und ich liebe auch diese Farbe, dieses, dieser Camel-Ton. Ähm, dieser mittelbraune Ton finde ich ganz, ganz toll. Dann trage ich einen sehr, sehr, ähm, dünnen Rolli. Der ist von Mango, glaube ich, gewesen. Der ist auch schon, zeige ich euch, glaube ich, in jedem Wort der Wonder Week, oder? Äh, viele, viele Jahre alt. Ist für mich halt einfach so ein Basic, was ich zu allem Möglichen tragen kann. Äh, super locker oder eben auch schicker, egal wo ich hingehe. Und auch das ist wieder so ein Teil wie der Mantel. Finde ich für die Jahreszeit jetzt super, weil ich darin nicht so schwitze, aber es mich trotzdem warm hält. Dann trage ich eine Jeans von, ähm, Asos. Ich glaube, die heißt Farley Jeans. Die ist super schön high-waisted geschnitten und sehr, sehr bequem. Und dazu trage ich meine Mango Sock Boots, ähm, die es, glaube ich, leider nicht mehr gibt. Ich bin mir nicht sicher. Und als Tasche auch quasi so in diesem Farbschema. Die Hose ist ja auch so leicht gelblich beige, beige. Ähm, meine Tasche von Arket. Und, äh, ja, die ist in so einem grünlichen, eigentlich so wie meine Wandfarbe jetzt in meinem Büro im Neuen. Ähm, so grünlich-braun. Ja. Und das ist das Outfit. Und ich mag das super gerne. Ich fühle mich total wohl und es ist richtig komfortabel. Ich freue mich. Die Sonne kommt gerade raus. Macht gleich gute Laune. Ähm, das Outfit ist so ein typisches Jasmin-Outfit, was ich seit sehr, 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 sehr vielen Jahren trage. Lederjacken oder halt diese Bikerjacken. Lederjacken, das ist einfach etwas, ich glaube, das mag man oder man mag es nicht. Aber wenn man es mag, also bei mir hat die Liebe noch nicht aufgehört. Und ich trage die jetzt wirklich bestimmt seit 10 Jahren oder so. Also wirklich genau derselbe Stil. Also das Investment hat sich echt gelohnt. Das ist meine, ähm, Jacke von All Saints. Die heißt Bellfern. Und, äh, ja. Also ich habe die vor einigen Jahren gekauft und die ist einfach die perfekte Jacke. Ich kann es nicht anders sagen. Die passt meiner Meinung nach perfekt überall und ist nicht zu eng und nicht zu weit und nicht zu lang. Und, ähm, ich finde sie wirklich richtig toll. Und sie macht halt jedes Outfit so ein bisschen rockig. Und das mag ich ja ganz gerne. Ähm, dann trage ich mein T-Shirt von And Other Stories. Das kennt ihr jetzt auch schon zur Genüge. Dieses ganz normale, boxy T-Shirt von And Other Stories gibt es eben teilweise mit Aufschrift oder eben ohne. Und das trage ich gefühlt jede Woche, mindestens einmal. Und, äh, die Jeans, die ich anhabe, ähm, das ist die Editor Jeans, heißt das. Oh, ich werde es euch wie gesagt verlinken. Äh, von Topshop. Ich mag an der, dass die ein bisschen höher ist als diese von, äh, Verumoda, die ich habe. Ähm, die sitzt ein bisschen weiter unten und das finde ich im Moment einfach auch ein bisschen bequemer. Ähm, die ist aber super hochwertig, äh, richtig schön dick und hat nicht so einen Mega-Stretch. Und, ähm, ja, unten ist die von der Länge auch perfekt. So sieht sie aus. Das ist eher so eine Straight-Leg, ähm, Jeans. Und, äh, dann die Tasche. Die habt ihr auch schon tausendmal gesehen. Äh, ich mag das immer ganz gern verbinden. Ich finde, die Tasche passt halt perfekt zu der Jacke. Und die Tasche hatte ich ja mal geschenkt bekommen. Ist eigentlich, ähm, quasi diese, ach, wer ist denn die? Falabella oder so Tasche von Stella McCartney. Also kein Leder. Und die trage ich so, so, so oft. Gerade auch, weil die diese zwei, äh, Straps hat. Und ich die so, super tragen kann. Ist einfach die perfekte Länge so. Oder halt, ähm, überkreuz. Und die Schuhe, die, äh, sind von Free People. Und, äh, ja, ich hab mich einfach verliebt. Und ich finde, es passt gut dazu, weil es eben alles in, in Silber ist von der Hardware. Sowohl bei der Tasche als auch bei der, äh, Jacke und bei den Schuhen. Und, ähm, ich hab einfach für mich festgestellt, diese Art von Absatz, also was sind das so, ein paar Zentimeter, so drei, vier, fünf Zentimeter, ist für mich perfekt. Super bequem kann ich im Alltag tragen und, ähm, gibt aber trotzdem nochmal so ein bisschen, so eine geradere Haltung und sowas Eleganteres. Und, ähm, deswegen bin ich immer auf der Suche nach welchen, ähm, die diesen Absatz haben, aber eben unterschiedlich aussehen. Und nicht mehr alles so gut sind, ähm, genau. Und das ist das Outfit gewesen. Und das habe ich einfach so im Alltag getragen. Wir waren an dem Tag, ähm, nach weiteren Elektrogeräten gucken und nach Armaturen gucken. und spüren gucken. Ja, ein weiteres absolutes Wohlfühl-Jasmin-Outfit. Und eigentlich super simpel, aber durch die Wahl des Materials und der Farbe dieses Oberteils, finde ich es für mich irgendwie anders und so, wie ich es sonst nicht mache. Einfach, weil ich ja so viel Schwarz trage oder, ähm, Grau an Oberteilen. Und eben nicht so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein rötliches, rostbraun, kühles, mittelbraun. Ähm, und das trage ich halt, also ich habe das auch schon länger, aber ich trage das eigentlich meistens immer nur unten drunter. Also richtig unten drunter, ähm, dass nur der Rollkragen rausguckt. Aber, ja, irgendwie habe ich das gefühlt. Und gerade auch in Kombination mit dem Blazer, der ja auch so ein bisschen diese Farbe inne hat, fand ich das super schön. Das Oberteil ist von H&M, glaube ich. Und ein absolutes Basic und super günstig. Der Blazer ist von den Other Stories. Er ist wieder, also gerade als ich heute Morgen geguckt habe, war er auf jeden Fall wieder, ähm, erhältlich. In allen Farben, äh, in allen Farben, in allen Größen. Ich bin schon ganz gaga. Ja, äh, ja, dann wie jetzt bei den letzten Outfits eigentlich meistens, trage ich diese Arcat Jeans mit dem, ähm, Gürtel von H&M. Und als Tasche trage ich wieder die, äh, Gucci Maman Tasche. Ich liebe die einfach im Herbst und Winter. Und, ähm, genau, die Schuhe sind, äh, diese hier von Raid. An denen mag ich sehr, dass die, ähm, ja, irgendwie diesen Absatz haben, den ich so mag. So drei, vier, fünf Zentimeter, aber, ähm, trotzdem halt super bequem sind und auch im Alltag, ähm, zu tragen sind und, ähm, nicht wehtun. Genau. Und das ist mein, ich finde, totales Herbstoutfit, oder? Also ich finde, die Farben sind so herbstlich, ähm, schreit nach Herbst. Ich fühle mich sehr wohl darin. Die Inspiration für das Outfit klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ich war mit Lisa ja, äh, Secondhand shoppen. Und da war eine ganze Wand voll mit Pelzmänteln. Ich trage ja keine Pelzmäntel, aber ich finde sie sehr, sehr schön. Sie halten warm. Und in dem Moment habe ich mich erinnert, warte mal, du hast doch noch einen uralten Mantel. Also habe ich den rausgekramt. Der war, ähm, in meinem, also unter meinem Bett, in so einem Bettkasten. Und wenn ihr den noch kennt, dann verhäugt ihr mir wirklich schon super lange. Den habe ich, glaube ich, gekauft in Hamburg, als ich da noch gewohnt habe. Und, ähm, Monkey, neu war der, ist von Monkey, genau. Und als ich jetzt recherchiert habe, ähm, welche der Klamotten, die ich, ja, getragen habe, noch erhältlich sind oder ähnliche, habe ich gesehen, dass es den entweder immer noch oder wieder gibt. Ich denke mal eher wieder und das fand ich so lustig, weil es einfach schon so lange her ist. Ich habe den eine Zeit lang wirklich rauf und runter getragen, weil der unglaublich kuschelig ist und warm hält. Aber ich habe dann einfach irgendwie vom Stil nicht mehr so zum Mantel gepasst oder eher nicht mehr zu mir. Und ich wusste einfach nicht, wie ich das stylen soll. Ich habe das aber so cool gefunden, als ich das jetzt letztens gesehen habe, dass ich das am nächsten Tag gleich angezogen habe. Und, ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Kombination finde, aber so hatte ich es eben, ähm, an. Also der Mantel ist, wie gesagt, von Monkey. Dieses, äh, dieser Rollkragenpulli, der ist so super weich, der weicheste Pulli ever. Ich glaube, der ist von H&M oder von ASOS, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall auch so ein Basic, ähm, Rollkragenpulli. Äh, Jeans ist wieder die von Arcat. Ähm, der Gürtel ist so ein ganz simpler Gürtel. Gürtel von H&M auch. Die Tasche ist auch die von Arcat. Und, äh, Schuhe, die hatte ich zugeschickt bekommen. Die sind von Raid, heißt die Firma. Ich finde die super cool. Und ich dachte, das passt ganz gut zu dem, ähm, Braun. Ist nicht das gleiche Braun, aber ich fand es trotzdem ganz schön. Was ich an den Schuhen toll finde, ist, dass die, ähm, hier so schmal sind. Und dadurch, finde ich, sieht das ganz, ganz schön am Fuß aus. Genau, und es ist halt irgendwie ein Outfit, was super bequem ist, wirklich richtig, richtig bequem, aber, ähm, super elegant aussieht. Und, ähm, ja, geht halt auch für abends, wenn man irgendwie weg geht, essen geht oder auf ein Event oder so eingeladen ist. Ähm, oder einfach so. Ja. Ist mal was anderes. Wesentlich eleganter, als ich sonst irgendwie trage. Davor habe ich halt immer Angst bei solchen Jacken, aber irgendwie hatte ich Lust drauf. Das letzte Outfit ist wieder ein Event-Outfit. Ähm, da muss das ein bisschen schicker sein. Aber warm. Ähm, ich habe sie ehrlich gesagt gerade aus dem Koffer geholt. Deswegen sieht sie vielleicht ein bisschen zerknittert aus. Aber, äh, ja, Pullover ist wieder dieser Basic-Pullover, ähm, Rollkragen-Pullover von Mango. Ich habe eigentlich auch diese Ketten, ja, immer noch die ganze Zeit um. Ähm, und die hatte ich auch bei dem Event so rausgetragen. Aber lasst euch, äh, davon nicht stören. Äh, genau, also Mango, der Blazer ist von, ich glaube, die Firma heißt RTZ oder so, habe ich vorher noch nie gehört. Aber ich habe die ganze Zeit nach genau so einem lockersitzenden Blazer gesucht. Eigentlich am liebsten Secondhand, aber ich war in so vielen Shops und habe keinen gefunden, der so gepasst hat. Ähm, die Hose hatte ich euch auch gezeigt. Die ist von Edited und die, ähm, hat so ein, so eine Art Schlangenmuster und ist so Lederoptik. Und die hält so warm, die ist so doppelt, also sowieso gefüttert und dadurch hält die so warm. Perfekte Hose, wenn es kalt ist. Und, ähm, ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, es ist ganz cool. Ich habe ja diese Schuhe von, äh, Raid, die sind in Braun und die haben auch so ein Schlangenmuster. Und ich dachte, vielleicht ist das so Ton in Ton und passt ganz gut zusammen. Und dazu habe ich getragen meine Gucci Maman Tasche und, ja, das ist das Outfit. Ähm, sehr bequem, aber irgendwie trotzdem schick und, ähm, hat gut gepasst zu dem Event. Ich habe mich wohl gefühlt und, ja, das ist das letzte Outfit. Das waren die sieben Outfits, die ich so in den letzten zwei, drei Wochen getragen habe. Sehr unterschiedlich, je nachdem, wo wir auch waren, ob wir in Berlin waren oder nicht, auf Events oder nicht, Meetings oder nicht. Ähm, aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Auswahl. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Übrigens, ähm, Haare habe ich gestylt mit dem Paul Mitchell Neuro-Engel-Lockenstab. Werde ich euch auch in die Infobox packen. Und Make-up habe ich benutzt, diese Clinique Even Better Glow Foundation. Die hätte ich euch bei Instagram gezeigt und auf den Augen trage ich Charlotte Tilbury Dolce Vita Palette. Die habe ich wieder, ähm, entdeckt. Ich werde euch aber die Make-up Details auch in die Infobox packen. Und auch da, wenn irgendwas interessant ist, bin ich mir sicher, dass es im Moment bestimmt einen richtig guten Rabatt gibt. Also solltet ihr jetzt zuschlagen. Genau, das war's. Happy Black Friday. Und, ähm, denkt dran, kauft nichts, was ihr nicht kaufen müsst. Aber gerade jetzt ist für mich zumindest privat eine gute Zeit, um halt schon mal alles abzuarbeiten, was ich so Leuten, äh, schenken wollte. Oder halt Sachen, ich habe ja so eine Wishlist in meinem Bullet Journal, ähm, mit Produkten oder Sachen, die ich, ähm, das ganze Jahr über aufgeschrieben habe, die auf meiner Wunschliste stehen. Und das kann ich mir jetzt erfüllen. Das hebe ich mir immer extra auf. Aber man weiß halt nie, was dann tatsächlich in den Ziel kommt. Also warten wir mal ab. Und, äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau!